hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal begrüßen Sie der FDF 16 Erweiter an der Runde ETS 2 Geheime Straßen ja ich hoffe geht es euch gut, ich seh jetzt alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt und wir sind hier Helm-Sports-Freunde in Sardinien ich zeig es euch schnell auf der Kauten eine geheime Straße auf der S3 keine Ahnung ist die S3 irgendwas hier abfahren und hier funkt die geheime Straße wo wir in den Sportsfreunden einsteigen, Gang einlegen und hier geht's würde ich sagen ist schon gar eine kleine, aber es ist eine feine ich finde es so was gut, wenn es im Spiel drin ist hier wird so zum Beispiel die Eni, weil ich da die Mods aktiv habe mein Hauptprofil mein Hauptprofil aber es rätseln von meinem absolut geilen Naublieger schön das ist ein groß eigentlich hier wenn ich Spaß finde kleine, aber feine geheime Straße wenn es nicht gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen über das eine oder andere würde mich natürlich auch freuen wer Lust und Laune hat der kann ich gerne abonnieren die Glocke hier aktivieren so dass wenn es hier von den geheimen Straßen weiter geht nichts mehr rein versammt wird und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag einen schönen Abend und einen schönen Nacht einen wunderschönen guten Morgen lieber Sportfreund liebe Sportfreundin je nachdem wann du dir hier dieses Video schaust vergisst mein Leitspruch nicht Respekt kein Wort respektieren in diesem Sinne bleibt mir gewogen vor allem ein dem Sportfreunde bleibt mir gesund bis zum nächsten Mal euer HB Servus